Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Und jetzt runter. Wir haben es geschafft. Ja, wir müssen jetzt da durchschauen. Ja. Jetzt sind wir wieder in der Kala-Sitzion. Und we... We did it. Sagen wir so. We did it. Okay, okay. Wo ist dieser... Es steht warten auf Spieler. Ja. Okay, warte. Warte kurz, ich mach kurz. Woah. Komm her. Wieso? Ich hab was ganz cooles gefunden. Warte. Warte. Ach ja, ja, die Kiste. Eigentlich wollte ich die auch. Ja, Tasche, Alter. Dafür kriegt man richtig viel Geld. Das danach mal wieder zum Turm. Wartenkopf machen. Der ist nicht mehr da. Das ganze Gebäude ist eingestürzt. Oh Scheiße! Nein 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 nein, Dahil! 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 Ich bin's! Ich bin's Kumpel! Dahil! 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 Dahil wurde zum Zombie. Ach, du verfluchter. Dahil! Oh Gott, Jade. Crane, hörst du mich? Was ist passiert? Brecken. Rahim. Rahim ist tot. Verflucht. Kommt zurück und kein Wort zu Jade. Noch nicht. Rahim ist tot. Ich kann es einfach nicht fassen. Was soll ich jetzt tun? Was erzähle ich Jade? Ich muss zurück zum Turm und mir überlegen, wie ich es ihr sagen will. Alter, die muss liegen, ne? Die Psycht voll da rein. Oh, Regen ist nicht gut. Neuer Überlebensgang. Ich nicht. Oh, Junge, du schnaufst doch nicht immer innen. Alter, verpisst euch. Verpisst euch. Ich verpisst euch. Danke, dass du mir den Weg frei musst. Alter, fuck you, kann man nur sagen. Oh, Alkohol. Und Alava. Scheiße. Go out from my home. Muss ich zwingen. Die Klinger hinten suche Zombie-Kilze und ich chill hier ein. Geht's bitte. Oh. 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 Okay. Ja, ich seh mir kurz um, was es hier hat. Aber also, ich weiß nicht. Aber hier. Also, ich möchte gern mal so ne Wache haben. Ah, Moul, cool. Ich hab Moul gefunden. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. ich habe jetzt und das geld von 20 was ja ich habe nicht mehr 100 jahr von leben ich denke das ist doch 125 medikin halt mal die fresse wenn ich sachen sehe dann macht sie kurz auf warte darauf dass andere spieler vortrag ja ich komme gleich bin bald bei dir ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin es gut Jetzt ist es gut. Für mich. Klinge. Schnurr. Nix, 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 nix. Nein, nix. Ich komme, wenn ich... Kann ich hier rein? Kann ich hier was holen? Oh, ich dachte... Oh, öffne. Küste. Oh, ich habe einen Kaffee, Plastikteil oder eine Statue. Zombiefigur. Kommst du jetzt? Ja, ja, ich bin auf dem Weg. Deine Mutter habe ich hier. Klinge und Kaffee. Okay. I'm coming. Ja, ja, ich komme hier. Ihr habt noch eine Stunde. Oh, geh jetzt rauf da. So. So, ich bin wieder zu Hause. Ey, ich habe fünf Böller. Wie viel? Fünf? Mhm. Fünf Dollar. Ja. Okay. 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 Wie geht's, Kumpel? Ruhig, Brana. Okay. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Entwurf Giftsstachel. Junge, irgendwie werden die Preise immer teurer. Ich sammel zwar mehr Geld, aber die Preise werden teurer. Wie viel Geld hast du? Weiß nicht, muss ich es mal sehen. Ich habe 2886. Ich habe 4500. 4500? Er hat einen Mul gehabt. Tja, kann man das kaufen? Ja, hier. Schon, ja. Wow, Kaffee. Alle verkaufen. Säger retten, alle verkaufen. Was denn das? Tempel. Waffen-Upgrade, nein danke. Du findest die ganze Art. Wiege eines Lüchters. Fuck. Schau keine Stellung auf. Danke. Danke. Nein, ich kann hier keinen Mul kaufen. Das ist ein Toxic-Chef. Schon. Einfach Hammer. Einfach Hammer. Ich will irgendwas Elektronisches machen. Ich will irgendwas Elektronisches machen. Ich habe auch Wurfsterne, kann ich machen. Mhm. Ich habe auch Wurfsterne, kann ich machen. Ja, du kannst nicht machen. Ich werde das jetzt sehen. Ja, Wachse. Als ich mach's. Ja, was ist das?